Hallihallo, Hallöchen Leute und herzlich Willkommen zurück zu The Walking Dead. Beim letzten Mal haben wir genau hier pausiert. Cliffhanger for the win. Ja. Also wir wollen weitermachen. Ich will gar nicht mehr lang schnacken. Kopf in den Nacken. Ah. Also versuchen Kenny uns so gerade auszubrechen. Okay. Also ich denke es mal, weil vorhin im letzten... Stay in here for a minute. I'm gonna radio down and find out what you're doing. Don't touch anything. Weil beim letzten Mal, also beim letzten Part, da sind sie ja, haben sie irgendwas runtergeschmissen. Und ich höre Sarah. Was zur Hölle hat sie? Hey. Muss stark sein. Du musst hart sein, Sarah. Alles ist jetzt schwerer, aber du musst hart sein, um zu überleben. Mein Vater hat mich niemals geholfen. Auch wenn ich wirklich schlecht war. Er hat mich niemals geholfen. Ja. Du kannst es manchmal kontrollieren, wie viel es tut. Es braucht Praktik. Wirklich? Ich will nicht, dass ich Praktik. Ich glaube, dass niemand macht. Aber muss man. Oh, danke. Für mich zu helfen. Ich weiß nicht, warum Menschen so dumm sind. Like, even wenn ich wirklich schuld bin, ich will noch nicht jemanden schmerzen. Don't mess this up. Yeah, I get it. Reggie's in charge here, okay? Listen to him carefully. Yep. No problem, Tavia. Okay, we gotta do a good job, guys. The camp is counting on us. Come on, I'll show you what to do. It's super easy. Die rote Backe. Pick up a pair of those shears. Okay, so we're picking these berries, right? Just pick them, put them in the basket. Simple. While you're at it, if you see any dead branches, take those shears and cut them off and stack them neatly for composting. Got it? Hey, so... Is she gonna be okay? Because what happened down there? That was straight fucked up. I don't want her freaking out and getting me in trouble. She's a baby. There's no helping her. Whoa, that's harsh, kid. I think if Bill did that to me, I'd cry a little too. Look, Bill's had it out for me ever since I helped those guys escape, so I gotta concentrate on my work. Bist du bescheuert? That was awkward. I won't do that again. I'm gonna go work now. Das ist ne gute Idee, das ist nie wieder los. Was zur Hölle sollte das? Am Ernst, was sollte das? Ich weiß nicht, sie muss ja auch selber klarkommen, ne? Sie muss selber klarkommen. Sie muss selber klarkommen. Sie ist kein kleines Kind mehr. Okay, ich hab gedacht, jetzt müsste ich jede einzelne Beere abschneiden, hab ich gedacht. Oh, shit. Oh, no. What? What did you do? These are only half done. Are those live branches? Clementine, I asked you to help her. Just checking in. See how the new girls are working out. Reggie. Yeah, Belle. Hey. What the fuck happened in here? Look, Belle, they're new, and me with my arm? It's just not the easy... I just have... I have one arm. Shut up. Shut up. Shut the fuck up. You better have an explanation for this. And I mean now. Belle, please, just... Sounds like you were about to give me an excuse when I asked for an explanation. We'll get it done. Just give us some more time. It was my fault. No, this ain't your fault. We talked about this, Reggie. Didn't we? But you just don't get it, do you? Get what? I... Why don't you girls wait outside? Reggie and I have a few things to talk about. Thanks for the help, girls. What's wrong, Sarah? Are you okay? I gave you plenty of chances. No, 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 please, Belle. No, 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 please. Ah, bah. Weakness, incompetence. It puts us all at risk. And it won't be tolerated. You think about that. The next time you're asked to do something. Get downstairs. Bonnie's got some stuff for you to do. Go! Was ist der für ein Wichser? Was für ein Arschloch? Komm schon. Danke. Carver hat gerade Reggie umgebracht. What's wrong? Clem? You alright? Carver hat... Reggie. Reggie ist tot. What? What are you talking about? Carver killed him. He pushed him off the roof. Maybe... Maybe it was just an accident. Listen to me. Take this stuff out to those guys and come straight back. Just be safe, okay? Now ain't the time to be calling attention to yourself. I need to go find out what happened. Hey Troy! Clem's just gonna take them boys some nails. Alright. Go on. Hey! That ain't your concern. Get that stuff over to them boys. Just follow them cables. Was bittet ihr euch ein? So, ich hoffe, es hat man jetzt gerade nicht gehört, aber ich habe kurz genießt. Ich hoffe, es hat man echt nicht gehört. Wenn doch, habt ihr Pech. I ain't nobody's laborer. Fuck that. Let them do this shit themselves if it's so goddamn important. Get your fucking hands off me, man. You ain't gonna force me to do this bullshit. I said get your hands off me. Or what? You gonna go tell on me? I'm trying to help you, asshole. Reggie ist tot. Yeah, this is a real help. Why don't you just worry about yourself? Reggie's dead. Carver killed him. What? You sure? Or did you... Shit! Fucking grab something! Äh, 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 hau ihn doch, er ist Fresse! Und dann mal. Okay. A halten, um zu entkommen. Okay, ich muss einfach nur A, das ist einfach viel Arbeit. A zu halten. Komm schon, drücken, 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 drücken. Oha! ich habe doch runter gedrückt ich habe doch ich habe doch runter gedrückt lädt das jetzt wieder so lange so das sind wir wieder ich habe ganz kurz geschnitten weil der ladebildschirm immer stunden lang dauert bei meinem computer das tut mir wahnsinnig leid so diesmal nehmen wir die leiter vielleicht bringt das ja mehr nicht wirklich zurück idiot was gemacht man macht die tür zu ich kann nicht drücken es geht einfach nicht es ging einfach nicht ich durfte gar nicht machen von jetzt bonnie er war das hat sie nicht zu gebrauchen Was für ein Wichser? Ich denke immer, das ist ein Penner. Auf mein Glück fallen die gleich irgendwo durch. Luke ist das! Du hast mich aufhörst. Oh, ich bin sorry. Und es ist Zeit, dass du hierher bist. Hast du eine Idee, wie schwer das war? Okay, hör mal, wir haben nicht viel Zeit. Okay, ich habe euch hier best, wie ich konnte. Ich habe nicht ein Ratsch, seit ihr alle gefeiert. Das ist die erste Chance, dass ich mit jemandem gesprochen habe. Sie sind überall. Sie haben die Begriffe, die sich auf alles. Vielleicht genau was zu treffen, oder? Aber ich habe noch nie zu finden, was er noch nie zu finden. Wann du denkst, dass Herb hier sein wird? Ich weiß nicht. Es ist schwer zu sagen, aber ich denke, dass es sich hierher verletzt wird. Carver? Er hat noch nie mit so etwas wie das. Es scheint gefährlich. Die ganze Situation ist gefährlich, aber wir sind jetzt in Ordnung. Das ist das, was wir haben. Wir brauchen einfach ein Plan. Wir wissen, wie du und alle. Luke! Entschuldigung, Entschuldigung. Okay, Troy, ich will nicht, wie du in Ordnung bist. Listen, Clem. Ich brauche mich hier morgen, um diese Zeit zu treffen. Ich brauche, dass du mir eine von diesen Radios machen kannst, okay? Du denkst, dass du das kannst? Ein von diesen Walkie Talkies. Ich brauche nur zu sagen, was du mit ihnen passiert. Ich habe die Regierungen herausgefunden. Ich weiß, sie sind überall überall, aber ich kann mich auf sie für dich aus hier. Ich besorg' dir eins. Okay, ich bekomme dir einen. Danke, Clem. Ich bin so glücklich, dass ich dich auf dich betrachten kann. Erinnern, du möchtest mich morgen. Ich versuche, dass ich hier in dieser Zeit sein werde, aber wenn ich nicht, warte so lange, wie du kannst, denn ich brauche wirklich eine von diesen Radios. Und lass' alle wissen, dass ich okay bin, okay? Ich bin Angst, dass sie... Clementine! Geh raus, wo ich dich sehen kann! Geh raus, raus! Comics ansehen! So, wir gehen aber erst beim nächsten Mal hoch. Ja, Cliffhanger! Egal, so wie es anfängt, muss es auch aufhören. Ich hoffe, der Part hat es so weit gefallen. Falls ja, gib dir doch einen Daumen nach oben, das würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es heißt, Let's play The Walking Dead Staffel 2! Tschö, tschö!